hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin euch wieder auf direkt nach dem ticket und heute habe ich das spiel summoners war sky arena viel spaß ok und das sind die daten werden erst mal hier ein bisschen werbung werbung starten und da sind wir ach bald da sie jetzt hier ich würde erst mal sagen wir probieren die ganzen in die ganzen daddies tägliche runenpflege dreimal kein problem mach mal gemein ach stimmt muss immer so hingehen doch was ist jetzt los monstern ohne habe ich mit dem kann ich nicht um kämpfen schicken der tun bei dem fehlen auch paar runen die a rune sage ich jetzt mal heißt die habe ich keine dann wird tempur die die passen zwei rein das ist schon immer die kraft hier und die kraft hier und dann aber die ruhenpflege den hier aufwerten einmal ist schon dreimal dann ne aufwerten ok so die erste quest ist fertig und pflege abgeschlossen zweite die pflicht eines beschwörers dreimal also es ist dreimal beschweren bestimmt beschwöre dreimal monster ok hier ist es mit dem beschweren der beschwörung portal oder wie auch immer ich brauche 300 oder heißt dass ich habe sechs stück nein ich glaube ich brauche 300 um 1 zu beschweren boah ist hier teuer 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 ich habe gar keinen platz mehr ich kann kein beschwören so 80 von 80 monstern da steht nicht wie viel ich von wen ich habe da muss ich durchsuchen ach je das dauert immer so lange haben wir schon wo ist das mit den finden wir gleich machen wir erstmal die andere quest freundschaft aufbauen ok community da sind freunde wenn man welche hat geschenk 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 oder alle versenden geht doch viel schneller gut dann gilde haben wir das fertig jetzt die nächste kopf am kopf das glaube ich arena fünfmal in arena kämpfen arena war der hier soweit ich weiß auto auf nicht war das arena auto kampf wo war die arena gewesen oder war die hier ach ich muss auf kampf gehen da fünf kämpfe muss ich machen dann legen wir mal los das sind meine stärksten glaube ich hier man wird das auch ohne kampf ich muss mich wirklich mit aufein den und den Locker weg. Kampf Nummer 1. Ich lebe nochmal hier 5 Teile hin. So, Nummer 1. Kampf Nummer 2. Ich denke mal, das würde ich auch gewinnen. Kampf Nummer 3. Oh, der wird schwer. Der wird schwer. Och, alles schon drauf. 1, 2, 3. Ging ja doch schneller als ich dachte. Achso, das ist der Kampf Nummer 3 jetzt. So. Und jetzt noch Zweikämpfe. Liga. Ich bin in der Bronx Liga 2. Ranking Liste, Protokoll und Duell. Ich fahre mit dem hier an. Eigentlich ist der hier stärker als die. Aber das ist mein Captain. Die kann ich nicht wegnehmen. Die muss da bleiben. Kampf Nummer 4. Das ist ja mal jetzt gar nichts an dem Gegner, oder? Ach ja. Und der nächste. Und der nächste. 5. Achso. Ja. Ich glaube, ich habe gewonnen. Super. Zurück. Das waren die 5 Duelle. Szenario erkundend. Schließe das Szenario und Seema ab. Okay. Szenario. Kampf. Da bin ich gern. Ich bin schon bei denen. Ja. Ja. Bei denen bin ich. Kampf. Ich werde mir hier wieder ein paar Freunde dazu holen. Eins, zwei, drei. Flipp. Flipp. Und ich kämpfe mit denen hier. Kampf. senate. Ja. Ich bin noch einmal. Auf. Auf. Ich bin noch nicht mehr. weiter geht's so also ich glaube ich muss doch erst das mit dem monster machen und monster vernichten vernichten aufleveln wo war das gewesen aufladen hier aufwerten genau da war es doch und skill das ist auch der gleiche supi skill und aufwerten sporenwurf level 3 weiß oder also ich finde das nice jetzt nehmen wir hier den roten tropfen zack und aufwerten der blaue pilz wo bist du da bist du skill skill und juhu sprachenwurf hier 5 was soll man dazu sagen jetzt kommt der hier auch gleich die rote truhe machen wir sofort die rote truhe zack zack aufwerten und bis zwei und bis drei ist ja dieser geist wie beschleunigen hier das dauern wir sonst ein bisschen zu lange oh der blaue schleim hier den haben wir auch noch es gibt ok ah der blaue frosch den haben wir auch noch aufwerten aber noch acht der frosch der grüne frosch und danach die truhe jetzt die truhe jetzt die truhe die truhe bis jetzt der gelbe schleim gelbe tropfen schleim nicht sondern tropfen schomslam schomslam ich habe ich den hier der ist genau andersrum es scheint dass ein anderer sein der schon auf max level Ach, das sind sowieso die lilanen, die benutzt man nur zum Leveln der anderen Charaktere. 4? Dann ist er voll. Auf Level 17 wäre er voll, okay. Ich glaube nicht ganz so gut. Kann man die Sterne nicht irgendwie zu denen rüber senden? Der rote Schleim, das ist der einzigste, den ich noch nicht habe. Gut, geht es weiter mit Herausforderungen. Schneller Beschwörungspflichten, dreimal beschwören, okay. Wir gehen hin zum Beschwörungsportal, beschwören jetzt zu 3. Nummer 10. Dann gehen wir jetzt so wieder hier hin zum Aufwerten. Hmm. Das und das sind andere, okay. 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 Der erschrockene Geist, den habe ich gar nicht. Einen neuen. Den haben wir. Jetzt haben wir den rote Schleim hier. Der Sandmann. Sieht gar nicht aus wie Sand. Dann nehmen wir noch mal den Tropfen, den Rotten. Da habe ich den Baum. Nee, diesen Baum habe ich nicht. Ich habe diesen Baum. Und die Truhe, die haben wir. Kann man die nicht auf die Nachname sortieren? Schade, würde mich einiges erleichtern. Ah. Hier ist ein Deklashen. Hier ist ein Deklashen. Wow! 1200 Das ist aber schon teuer Was sind andere? Frankenstein ist auch anders Die sind anders Na gut, ich denke mal das war's hiermit Mit den Beschwören Dann machen wir jetzt hiermit weiter Es sind nur noch 3 Queste, das ist gut Szenarios, Kampf Wir sind im Wald Also Leadership wird Nehmen wir den hier Und Level 1er Ich hab dahinten zwar noch Level 1er, aber man weiß mal die Kämpfen Das ist jetzt der 10. Oh, was ist da los? Äh, der 2. Der 2. Der 2er Der 3er Der 3er 10. 2er 3er Der 3er Der 3er Macht der auch einen Angriff oder macht er aber nur Heiden und... Och, das schaut ja in Ewigkeit an. Also eigentlich ist er cool, ja? Aber zum Kämpfen dauert das ein bisschen lange dann. Und das war das erste Runde. Juhu! Kann mich einer wecken, wenn das vorbei ist? Ja! 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 always...? automatisch smarter, dann doch mal Geld auf! Ja, noch einer. Noch ein Schlag und jetzt steppt er, genau, endlich, okay. Endlich, endlich. Nächste Stufe. Level 3. Nee, die nicht. Dann nehmen wir die hier. Ich glaube, die ist zwar auch eine Heilerin, aber ich glaube, es geht bei der ein bisschen schneller dann. Ach nee, sie ist keine Heilerin. Sie ist dein Sensenmann oder Sensenfrau. Juhu. Nice, nächste Stufe. Nein? Ja. Kampf. Dankeschön. Eins. Zwei. Ah, du bist auch gleich da. Oh. Hoffe ich. Oh. Ich lach mich dort. Oh, sie sind fast auf Level 10. Fast auf Level 10. Oh, da. Neuer Charakter. Kasan. Ist das der Vogel? Um, 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 um. Errungenschaft. Jippie. Kampf. Okay, es geht weiter. Hiermit, mit der Runde. Fünf. Jippie. Okay, nächste Stufe Runde 6. Noch sie mal, darf ich sie benutzen? Das reicht mir. Oh, Level 10. Ich muss den einwechseln. Ich muss nicht, aber ich will. Nächste Stufe. Hier sind ganz viele Einser, da kommen wir auch gleich hin. Da. Upsa. So. Kampf. Das ist der Kampf Nr. 6. 7 muss es sein. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 7. 5. 8. 10. Nächste Stufe, Acht. Zwei Sterne. Du kommst dahin. Und dich nimm mal mit. Du leistest gute Arbeit. Zack. Wow. Neun. Das müsste jetzt neun sein. Ja. 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 Der letzte Kampf dient Marotzehn. Nur noch zwei Sterne. Das finde ich schön. Okay, dann haben wir jetzt die eine Quest auch fertig. Zurück. Sogar zwei. Achso. Ich brauche eigentlich keine Dailies mehr zu machen. Aber wir schauen kurz hier. Erober der See. Erober der See. Schließe Halle des Wassers zehnmal ab. Besiege den Lichtking. Die Dungeon. Zehnmal? Warte mal. Zehnmal? Das sind jetzt Dungeons. Die sind... Wo waren die? Die waren auch hier. Ach, hier. Der Lichtking ist... Halle des Wassers. Das war zehnmal und... Was ist der Lichtkönig? Ja. War das der hier? Heimat Dungeon. Na ja, auf jeden Fall den hier. Ein Stern haben wir fertig. Wir sind jetzt bei Stern Nr. 2. Komm. Zehnmal gegen den Gewinn. Eins. Eins. Ich fahre mal von hier hinten an. Der ist schon weg. Level 2 brauche ich nicht. Der ist Level 10. Ich probiere mit den 13ern. Ich probiere es mit den 13ern. Der erste Daumen bei mir. Ne, doch nicht. Aber jetzt der erste Daumen. Und der zweite. Und der dritte. Los. Der dritte. Deine. Da. Da. D reps. Da. 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 Das ist wahr. Oh oh, das wird knapp Ne, das schaffe ich nicht Und da oben Okay, wieder oben Nein So, das wird aber gehen Das wird 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 gehen Da bin ich mal gespannt Das wird gehen Das wird gehen Ne, das schaffe ich nicht Nein Leute, ich hör auf Hab ja sowieso meine Dailies soweit fertig Können hier nochmal was abholen Schön Und dann werde ich mal sagen Das hier ist noch Shop Was kann ich denn hier machen Wie was geschenkt Ne Achso, ich könnte bauen Dann schauen wir mal kurz beim Bauen Das haben wir Das haben wir Das haben wir Wir könnten noch einen Turm kaufen Ne, ich hab nur noch 1000 Das heißt ja 1000 oder So, das sind eine Million Hier ist noch kein Verteidigungspunkt So Ah ok Das geht nicht Das geht alles nicht Das kann ich kaufen Kaufen Das ist jetzt einfach hier hin Keine Ahnung was das Gebäude macht Vielleicht sehen wir es gleich nochmal Gesperrt, 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 gesperrt Was ist das hier Was ist das hier Miss Kreatur, Ausbruch, Kristalle Was muss ich jetzt sagen Sammelt Kristalle Okay Und da Also eigentlich auch gut, aber Kann ich mir gar nicht leisten, sehe ich gerade Bei mir Mit Mit Die Mit 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 10 weitere blitze für meine monster okay das war's damit die kubau und pflanzen Brauchen wir nicht. Arena, Welt-Arena, Liga, Gilde. Okay. Okay, Geschenk noch abgeholt. Schön. Ein neues Monster. Runen. Ach, neue Runen. Joa, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich will mein Ticket ab. Spiel beenden. Jawohl. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dem nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tududu.